Wir wollen für die Leichtathletik optimale Rahmenbedingungen schaffen. Und deshalb setzen wir uns mit Nachdruck bei der Politik, beim DLV und beim LSB ein und sind sicher, dass wir es auch schaffen werden. Seit 75 Jahren leben wir fürs Laufen, Springen, Werfen. Heute sind wir einer der stärksten Fachverbände im Landessportbund und beim DLV. Durch ein flächendeckendes Stützpunktsystem gewährleisten wir mit kompetenten Trainerteams die Betreuung unserer Kaderathletinnen und Kaderathleten ganzjährig auf hohem Niveau. Frag nicht, ob deine Träume zu groß sind. Frag, ob sie groß genug sind. Unsere engagierten, Volonteers, Kampfrichter sind die Ersten auf dem Platz und diejenigen, die das Licht ausmachen. Besonders in Krisenzeiten haben sie mit viel Leidenschaft, Kreativität und Vernunft die Leichtathletik überhaupt erst möglich gemacht. Ehrenamt kostet viel Zeit und viel Energie. Deshalb sagen wir laut Danke an all diejenigen, die die Leichtathletik in Niedersachsen zusammenhalten und den Sport für uns Athletinnen und Athleten lebens- und liebenswert machen. Ob Fortbildungen oder Ausbildungen zum C-Trainer, B-Trainer, Übungsleiter Sport in der Prävention oder Vereinsassistenten – auf unseren Bildungsevents werden Profis gemacht. Bildung im NLV bedeutet nicht nur Ausfahrt und Weiterbildung. Es bedeutet auch, das Personal stark zu machen, was im NLV agiert. Wir versuchen in diesem Prozess aktive Hilfe zu leisten. Kreiere bleibende Momente für alle von uns. 80 Prozent der Athletinnen und Athleten im NLV sind Breitensportlerinnen und Breitensportler. Engagieren sich mit Leidenschaft im Lauf, Gesundheitspräventions- und Freizeitsport. Für die Breitensportler in Niedersachsen ist es nicht so wichtig, Bester, Schnellster oder Höchster oder Weiterster zu werden oder zu sein, sondern mehr die Bindung in einen Verein und eben auch die Zugehörigkeit zur Familie der Leichtathleten. Die Jugend im NLV bringt den Esprit. Neue Ideen und Technologien auf die Bahn. Unser Kinder-Leichtathletik-Konzept ist ein Vorzeigeprojekt. Unser Plan, neue Talente zu fördern und die zukünftige Generation an Trainern, Kampfrichtern und Funktionären zu bewerben. Kinder und Jugendliche müssen die besten Voraussetzungen bekommen, Teil einer gesunden und aktiven Gemeinschaft zu werden. Und die Athleten und Athleten, die die ganz besonderen und die ganz großen Sportler drumherum leben wollen, die begleiten wir auf ihrem Weg. Geh nicht den einfachen Weg, geh den richtigen. NLV. Wir machen leicht. Athleten. clients amar. Bruno Nord. 劇indruck. Wir sehen. Wir Withidentschaften.